Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein gelöschtes Video wiederherstellen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Ich lösche jetzt als Beispiel mal eins von meinen Videos. Video gelöscht. Und wenn wir dieses Video wieder haben möchten, klicken wir auf den Papierkorb, suchen uns hier das Video aus, was wir gelöscht haben, machen einen Rechtsklick und dann klicken wir auf Wiederherstellen und dann landet es in der Datei, wo es vorher war. Außer ihr habt es unwiderruflich gelöscht, dann geht das leider nicht mehr. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.